So, Eppecke geht's wieder blendend. Und Eppecke hat jetzt Gesellschaft. Hulu! Und zwei Kleinen, die heute von ihrer Pflegestelle hier eingezogen sind. Ähnliche Größe. Kleines bisschen größer als Eppecke. Und Eppecke ist außer Rand und Band. Spielzeug, was sich eigenständig bewegt. Und das ist jetzt voll gut. Das Spielzeug ist noch so ein bisschen überfordert mit Eppecke's Elan. Eppecke, 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 Eppecke. Ja, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass jetzt hier Gesellschaft da ist. Weil ich konnte Eppecke's Wunsch nach Spielspaß und Spannung leider nicht befriedigen. Nicht nur ansatzweise. Zum einen aus Zeitgründen. Zum anderen aber auch, weil ich ja nicht zurückbeißen kann. Muss man das auch tun, damit Eppecke mal versteht, dass es weh tut, was sie da macht. Ja, da wirst du jetzt mal auch Erfahrungen sammeln. Hier ist jetzt tüchtig was los. Und sobald wir mal Platz haben, das können wir auch einfach mal in den größeren Zwinger ziehen. Das fehlt eigentlich auch mal an der Zeit. Das ist langsam an der Zeit. Ja, ich muss jetzt hier wieder raus, sonst krieg ich einen Drehbogen. Ich weiß noch gar nicht euren Namen. Das weiß ich doch gar nicht. Ein Jumme und ein Mädchen. Und Eppecke.